hey leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von genovation sehen wir haben unseren flug verpasst wir sind immer noch am flughafen und wer noch ein bisschen weiter dem flughafen erforschen ist ja gerade ein bisschen spannend geworden hier deswegen würde ich sagen wir nehmen den hinterher aus kann kadi hier ist eine kiste naja kommt aber was vorbei hier er ist gelb geworden sieht er dich der wird uns wahrscheinlich sehen also ich habe keine anzeige macht er ist aber noch irgendwas anderes kiste was so eine kiste unter der treppe habe ich doch schon okay ich bin drei bestimmt nicht mit dir was mich einfach alleine wo lang wohin mal kurz gucken hier wird garantiert nichts sein man könnte ja mal hier hin hier können wir auch durch die tür aber ich glaube das ist zu nah hier ist irgendwo noch ein kleiner scheiße wenn wir jetzt schießen hier sind wir im arsch oh guck mal eine halbe wohnung oh unten ist die kiste kommt man aber so nicht rein irgendwas hat mich gesehen aber ich sie es nicht hier kann man wieder nehmen du hast alle weggenommen ich packe es wieder raus naja lass mal hier ist eine kiste ich höre hier viecher aber sehe sie nicht ich glaube es geht langsam los dass es wieder bucky wird oder bisschen leckt das teil hing im boden aber ich sag auch mal nichts ne komplett im boden ja hier leuchtet es auch gut habe ich das wieder hinten auch richtig gesehen das war dann richtig irgendwas muss hier noch hier ist ein dings dings alter finne soll ich dir ein paar von diesen roten dingern geben du magst ist es egal ich würde gerne weitermarschieren ja warte hier hier du spielst immer gerne damit bitteschön nur weil sich das t net gerade kommt was denn na dieses trampeln er ist doch hier was für die rennen ne das läuft bei mir normal ne ist gerade die rand aber ich glaube das hängt irgendwas rotes hängt hier an der mauer sag ich doch so kleiner scheißer du hörst mir aber auch nie zu ne doch soll ich mal ums eck luzen muss man hier rein springen ja rein springen wäre äußerst scheiße ok kommt gerade wieder vor ähm vorgeschissen פ ich hasse die dinger hat es aber nicht bekommen kleiner scheißer rennt hier gerade rum warte Aua. Au! Aua. Das Ding hat sich runtergefahren. Ich hab eigentlich gar nicht drauf geschossen. Was hast du denn gemacht? Na, eigentlich auf die kleinen Scheißer geschossen. Hilfe! Ja. Warte mal, Ovi ist die Gas. Kann das sein? Nein, Feuer. Und ich bin fast tot. Soll ich so ein Kästchen, so ein Mediky-Kästchen hier stecken? Ich bin auf jeden Fall. Kein ist gerade. Alter. Obwohl ich gar keine Anzeige habe, dass der uns sieht. Der ist vollkommen rot. Ich glaub, da brauchst du nicht viel. Wow. Auf wen hat er's abgesehen? Okay, er ist gelb. Das war ein kleiner Scheißer. Er ist gelb. Ich schieß drauf und er ist gelb. Also ich meine nicht auf ihn. Okay, jetzt ist er rot, weil er mich gerade blöderweise gesehen hat. Triffst du ihn oder triffst du die Hütte hier? Ich mach's mal von der anderen Seite. Ach du Scheiße. Scheißen hier kleine Viecher jetzt? Ich glaube. Das ist doch mal so ein Dreier-Ding. Vorsicht, kleine Viecher. Scheiße. Der haut irgendwie ab. Alles klar. Was soll das verstehen? Äh, nee. 18 Schuss davon. Was soll das verstehen? Äh, nee. Keine Ahnung, warum er sich verpieselt? Nein, gehen wir noch hinten weiter, ne? Ich glaub, die scheißen diese kleinen Teile immer. Warte. Warte. Ich glaub, er kommt wieder. Aber friedlich. Aber friedlich. Kiste hier? Naja, ich hoffe, wir haben den, äh, entwaffnet, sonst haben wir hier in kleinen Häuschen ganz schön große Probleme. Naja, ganz... Keine Ahnung, hä? Ah, mich geletzt. Kleiner Hund. Wir müssen mal wissen, dass wenn man den anschießt, wie schnell der hier ist, so ein groß ist. Ein kleiner Hund, wo? Direkt vor uns. Schon richtig in die Richtung. Nee, doch nicht. Rechts von uns, vorne. Erschießen? Oder... Ignorieren. Erschießen. Ich... Hint schnell. War gut. Danke. Gah. Ähm, Big T kommt uns hinterher, glaub ich. Da steht da auch noch eins, ne? Ne. Okay, sah nur so aus. Ach, das wäre gut gewesen hier. Ja. Alles, was komisch aussieht, könnte so ein Tenet gedöhnt sein. Ausgeknackt. Geschenke. Juhu. Alles nehmen. Nehmen. Ja. Wir müssen garantiert irgendwann hier eine Mission machen und dann dürfen wir alles von vorne. Mit Sicherheit. Wieder hier rein. Oh, hier ist eine Waffenkiste. Cool. Da musst du dich hin hocken. Die Waffenkiste? Wo? Ah. Die guten Dinger. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Hm. So viele Waffen. Ich weiß nicht wohin mit denen. Ah. Rauchgeschossen. Jetzt kann ich auch wieder ablegen. Brauchst du noch ein verbessertes Granatgewehr-Gedöns? In grün? Zwei. Dings. Bubs. Granatgewehr-Gedöns? Ich hab ein blaues Granat-Dings. Okay. Dann hast du drei. Okay. Hier hinten scheint es ein bisschen ruhiger zu sein, ne? Es scheint so. Hier ist eine Kiste ganz hinten. In den Regalen sind Kisten. Hallo. Ich bin voll. Wat? Ich bin voll. Was? Äh. Ich bin voll. Wat? Ich bin voll. Das war ja. Ich bin vorher. Wie geht das denn? Ich würde gerne hier ein... ...einen Spawnpunkt haben. Weil dieser Spawnpunkt, glaube ich, ziemlich scheiße wäre. Kiste hier. Und bei mir war nichts drin. Noch eine Kiste hier. Und... ...da war ein bisschen was drin. Im LKW, ne? Ja. Hier ist auch noch eine Kiste. Und hier haben wir sehr viele so eine Explosionsdinger. Naja, kein Wunder, ne? Wahrscheinlich müssen wir irgendwann in den Flughafen. Warte mal. Deswegen, wir müssen wahrscheinlich irgendwann in den Flughafen... Warte mal, wie viel Platz habe ich denn? Waffenkiste? Ich habe keinen Platz mehr. Wo bist du? Ich komme. Hier ist ein Rucksack, ey. Schlau versteckt. Wie... Was für eine Farbe hat dein Gewehr? Ich habe zwei Stück. Einmal... ...vier und einmal drei. Dann brauchst du keine drei. Dann brauchst du keine drei. Ich gehe mal ein Stückchen weiter, ja? Ja. Oh, das ist nur Deko hier. Und am Bett ist eine Kiste? Ja, in den anderen Räumen ist nichts. Dann heißt es noch, mache alle Tinder-Teile kaputt. Mhm. Mhm. Das andere Seite weiter looten, oder? Ja. Oh Gott, guck mal. Ja, drei Stück? Die waren vorher nicht da. Na, die sind jetzt hier eh gekrabbelt. Ach so, schnell? Äh, vier Stück. Dahinter ist, glaube ich, noch eins. Aber vorhin tun sie uns schon, ne? So ein bisschen. Und ne Bande voller kleiner Hosen. Scheiße, ey. Und wieder Schloss geknackt. Mal gucken, auf welcher Seite du das Schloss geknackt hast. Von der du bekommst. Äh, ja. Oh, hier auch noch ne Kiste, ne? Du hast hier eine übersehen. Da wurde. Da beide. Hier blinkert nichts. Ach so, du hast beide. Wusste ich nicht. Ja. Äh. Das kann ich nicht beides. Du kannst beides? Alles klar. Das kann ich nicht. Alles klar. Munition, die ich nicht verwende. Da unten liegt Munition. Vielleicht brauchst du die ja. Ja. Jetzt schon wieder ne Waffenkiste. Muss mal gucken. Blinkert hier was? Ne. Ne Waffenkiste oben. Warte mal. Brauche ich auch nicht. Komm mit. Wenn manche zusammenfügen muss. Ne. Brauche ich glaube ich auch nicht. Warte mal. Ne. Hab ich blau. Ne. Ne. Am. Ne. Oh, Fahrrad kann man hier machen. Hideo, komm. Ich bin bei dir. Echt? Im anderen Raum. Achso. Hier ist eine Kiste bei mir. Bei mir auch. Und ein... Rucksack. Hallo. Hi. Oh, scheiße. Explosives Fasten. Nee, das nehmen wir mit. Warte mal, ich... Gegenstand ablegen. Gegenstand ablegen. Gegenstand ablegen. Ich hätte gern das. Das, das. Weil ich kann nämlich das machen und das kann ich gar nicht da unten reinziehen. Man ist wirklich eigentlich nur dabei, irgendwas zusammenzupacken. Hier, ich packe dir mal was hin. Vielleicht willst du das hier haben. Das ist blau. Klar. Au, ei, 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 ei. Entschuldigung. Es ist Sonntag. Danke. Na nehmen wir mal den rückstoß rückstoß behalten wir erstmal scheiß drauf komm das ist das ist doch ein schlafplatz echt zweimal sogar es ist doch ein schlafplatz manno brauchen wir ein fahrrad weiß es nicht sind wir mit fuß besser dran eigentlich ja so würden wir bloß in den feind rein radeln so ist zwar witzig aber jetzt hier runter die roten häuser sind das dekohäuser das scheinen ganz dekohäuser zu sein wahrscheinlich müssen wir dann hier ein flugzeug finden oder sowas suche das flugzeug so und so definitiv es ist gelb ja und hier ist schon mal nichts warte hier ist ein rucksack glaube ich bei mir feuerwerkskörper in weit hier irgendwas schade dass man kein manno mann kein ok wir haben hier da wir haben sehr viele kisten da zu stehen aber an den big tees kann irgendwie vorbeilaufen habe ich irgendwie das gefühl also die sind so ein bisschen wenn ich heute wenn ich heute nicht kommen komme ich morgen aber dann haben wir den flughafen eigentlich so weit durch ja na wunderbar und ich kann ja nicht abspeichern also sparen oder so naja durch das durch hier wie heißt das punkt ding was ich hingestellt habe vielleicht wenn das spiel das abspeichert ja waren wir hier drin schon oh guck mal kiste bist krass dran vorbeigelatscht hier waren wir noch nicht drin nichts mit dem machen verstehe ich nicht schade 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 auch von links zu links gibt das viele dahinten ja guck noch ist die hier hinten was habe ich denn feines oh oh ah das war mir klar hm ja warte mal sehr schön das möchte ich haben äh was glaub ich jetzt äh falsch war ne warte mal das das möchte ich rauspacken das und das nehmen das und das hier hin na und das nehmen nehmen was hast du denn für die Hose sag mal oh wir haben wir haben den Unterschlupf freigeschalten what beim Flughafen der ist freigeschalten ja wir kommen hier wieder hin wuuuuh sach hast du denn für die Hose an was stimmt nicht mit dir ei das heißt eine Stadt wo was das heißt eine Stadt O da heißt eine Stadt wo ah wieso steht denn der da nur so still da hätte man ja Lust drauf zu ballern ja oder ja der Grund ist im Gebäude im Hintergrund bieb hast du das gehört? mhm ist der echt so blind? eigentlich bringt es gar nichts die Viecher zu eliminieren weil sie immer wieder eh kommen ja macht das Mucke? ah da hinten da hinten ein Bunker glaube ich geht nach dem Bunker aus weil immer das Ding da trampelt ja noch so ein Vieh da oben kann jetzt ja da oben ist ja noch so ein großer Vieh schauen wir mal ob wir hier eine Mission haben außer in der Kiste haben wir hier nichts apropos Aktivität ist ruhig Schwierigkeit ist schwer ok wo ist denn das Vieh jetzt da oben? wo ist denn das? wo ist denn das? wo ist denn das? da ist es doch ne? da ist es doch ja was ist mit dir? ah Aktivität was? hier geht es im Bunker ja ich weiß ich hab nur mal geguckt durchs Fernglas geguckt hast du hier gelootet? ja da ist ein Dings drin da ist auch noch ne Höhle Höhle? Oh ne die waren bei der einen Höhle nicht Höhle? oh kommst du? ja ich schleiche schon äh ich renne bist du schon rein? ja klar bin ich schon drin und du bist doch schon unten? ja klar bin ich schon unten aber den Bunker nicht in der nächsten Folge machen alles klar wir sind nämlich schon bei 27 Minuten ja da kommt sie wieder hier gut wunderschön dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder wenn wir den Bunker mal bisschen Bild gut achten mal sehen was wir finden vielleicht ein Alien wer weiß na sicherlich dann vielen Dank fürs Zusehen vielleicht ein Freund für dich kleiner Kumpel den brauchst du eher du bis zur nächsten Folge bis dann ciao ciao ciao